Hallo. Mir geht's super und in Kiel gefällt's mir absolut klasse. Das Gespräch mit den Verantwortlichen waren super Gespräche, die mich echt überzeugt haben, hier hinzukommen. Ja, haben Sie. Sie haben echt nur Positives über die Stadt, über den Verein erzählt. Grüß dich, Samad. Ich freu mich riesig, ja. Zentrales Mittelfeld, 6, 18. Der erste Kontakt, sowie die Vororientierung. Gesundes. Wie zum Beispiel? Pasta mit Tomatensauce. Das Bestmögliche mit dem Verein rauszuholen, so viele Punkte zu machen, wie es geht. Die Stadt. Unbeschreiblich schönes Gefühl. Füllt einen mit Stolz und Ehre. Die Stadt. Die Stadt. Die Stadt. Die Stadt. Vielen Dank.